Yo, hier ist Kelly von Einperch und ich heiße euch wieder willkommen auf diesem Kanal und heute kommen wir eher zu einem traurigen Thema, denn Karl Lagerfeld ist tot. Und das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, da die ganze Welt bzw. die Modewelt über ihn trauert. Ich wollte in diesem Video einfach ein bisschen anreißen, was Karl Lagerfeld in der letzten Zeit bzw. in seiner Laufbahn, seiner unglaublichen Laufbahn, alles geschaffen hat. Was er über die ganze Zeit halt in der Modebranche, ja, gemacht hat. Ein kleines behinder Brand bzw. behinder Designer, theoretisch, was ich natürlich in einer gewissen Art und Form hier für euch vorbereitet habe. Um Karl Lagerfeld, seine Persönlichkeit auf den Grund zu gehen, müssen wir ganz von vorne anfangen. Sein Name ist Karl Otto Lagerfeld und vorher mit einem T gewesen, also DT. Das T hat er aus ästhetischen Gründen fallen gelassen. Er wurde in Hamburg geboren zwischen 1933 und 1938, am 10. September. Er hat immer ein bisschen Geheimnis drum gemacht, wann, zu welchem Jahr er wirklich geboren ist, immer später im Alter insbesondere. Er war der Sohn von Christian Ludwig Otto Lagerfeld und Elisabeth Lagerfeld. Seine Mutter war die Tochter eines Politikers, sehr streng, sehr spitzzüngig, so wie Karl Lagerfeld auch am Ende seines Lebens auch öfters wahrgenommen worden ist. Und sie war aber sehr klassisch. Sie konnte zum Beispiel die Geige spielen. Sein Vater war, wie schon gesagt, Christian Ludwig Otto Lagerfeld. Der war ein Unternehmer und hat Milchkonserven in Hamburg gemacht. Die Lagerfelds waren grundsätzlich sehr wohlhabend. Daher konnte Karl sich auch einiges zu dem Zeitpunkt auch schon leisten frühzeitig. Im Alter von sechs seinen Aussagen hat er sich schon zum Beispiel Englisch und Französisch beigebracht und zog sich auch gerne zweimal am Tag um. Also im Laufe des Tages hat er sich einfach umgezogen am Abend und hat dann ein schickeres Hemd angezogen, weil er sehr verliebt auch schon in Kleidung zu dem Zeitpunkt war. Er erwähnt auch gerne, dass er die Schule nie wirklich für relevant hielt. Also er hat sich viel selbst autodidaktisch beigebracht und ist einfach ungerne zur Schule gegangen. Hat dadurch auch nie sein Abitur gemacht und ist frühzeitig nach Paris gezogen, wo sein Vater auch eine Geschäftsstelle hatte, was ihm auch sehr gelegen kam. Und dort hat er dann halt gesehen, dass der Wohlmarktpreis verliehen werden sollte. Und an diesem Bewerb hat er dann halt teilgenommen und hat eine Zeichnung eingereicht. Für seine eingereichte Zeichnung eines Wollmantels gewann er das auch im Alter von 17 Jahren. Einer seiner Mitbewerber war unter anderem Yves Saint Laurent, der für ein Abendkleid in Wolle auch einen Preis gewonnen hat. Karl hatte sich während des Wettbewerbs mit Yves Saint Laurent auch gut angefreundet. Yves ging zu Givenchy und Karl ging halt zu Pierre Baumont, die auch beide in der Jury saßen beim Wohlmarktpreis. Die beiden Designer, also Givenchy und Baumont, haben einfach das Talent in diesen jungen Künstlern, diese jungen Designern gesehen. Unter anderem besaß Karl Lagerfeld während seiner Lebzeiten über 300.000 Bücher, die man halt auch unter anderem in ein oder anderen Dokumentation sehen kann. Ich verlinke euch die Dokumentation auf jeden Fall zu Karl Lagerfeld unten in der Beschreibung. Also schaut euch die gerne an nach diesem Video. Karl Lagerfeld ist sehr dafür bekannt, dass er sehr viele Musen hat. Und einer seiner Musen bzw. was ihm nachgesagt wird, sein Lebensgefährle, Jacques de Bacher, starb sehr früh auch an Aids. Jacques de Bacher war unter anderem für Karl Lagerfeld laut seinen eigenen Aussagen eher eine Vater-Sohn-Beziehung. Jacques de Bacher hat aber auch eine Affäre mit unter anderem Yves Saint Laurent. Karl Lagerfelds Outfits waren natürlich immer sehr bekannt. Er trug immer Hellditch und Keyhemden, wo er noch einen Stehkragen angeheftet hat. Diese Ästhetik hat er einfach von seinem Onkel, der auch immer Stehkragen getragen hat, übernommen. Zusätzlich hat er natürlich auch immer wieder die Dior-Anzüge von Edie Seymour beworben, weil er dafür 42 Kilo abgenommen hat, damit er in die Anzüge passt. Das war natürlich eine seiner Lieblingsanzüge. Zusätzlich trug er natürlich auch sehr oft Handschuhe, ein Fächer zu seinen kompulenteren Tagen und Chrome, Harz, Ringe. Wir haben jetzt die erste Runde abgedeckt und haben jetzt ein bisschen aufgeschlüsselt, wie Karl Lagerfeld zu Karl Lagerfeld wurde. Kommen wir nun zu seiner Karriere als Designer. Ich habe ja schon erwähnt, dass er diesen Wohlmarktpreis gewonnen hat für seinen Wollmantel in der Kategorie Wollmantel und dort dann entdeckt worden ist vom Pierre Bourmont, wo er auch ich glaube circa drei Jahre in seinem Atelier gearbeitet hat. Er fand es dort bloß langweilig. Da gab es nur ein paar Kollektionen im Jahr, die er mitdesignen konnte und er war aber schon frühzeitig, wie man schon gemerkt hat, durch das, was er alles sich selbst beigebracht hat in jungen Kindertagen, einfach eine Arbeitsmaschine. Daher hat er das Angebot von Jean Patrou angenommen, um dort bei ihm auch als Illustrator beziehungsweise Designer zu arbeiten, wo er dann halt auch Stoffe, Bestickungen, Material und etc. einfach auswählen durfte und dort auch viel mehr gelernt hat als bei Baumann. Als CD war er unter anderem halt bei Chloe als erstes, wo er dann halt wirklich seine ganze Hand über alles hatte und auch mit seinem Namen das repräsentiert hat. Bei Chloe war er unter anderem mehrere Jahre unterbrach zwischendurch und war dann wieder bei Chloe und in der Zwischenzeit war er auch noch bei Fendi und bei Chanel. Der Stil von Karl Lagerfeld ist einfach die Interpretation von den Designs der Modelabels und deren Geschichte in die Moderne. Das war Karl Lagerfelds übermäßiges Talent. Er konnte die Essenz eines Labels aufgreifen und sie modernisieren. Unter anderem konnte er in dem ersten Meeting zwischen den Fendi Schwestern und ihm das Fendi Logo neu designen. Er hat innerhalb von drei Sekunden das FF, die Initialen von Fendi, also von Fendi oder Fendi Fur, wie man auch so schön sagt, neu gestalten. Und das hat er auch sich patentieren lassen und eine Stange Geld mitverdient, laut seinen eigenen Aussagen. Also er hat sich zwar nie mit der Businessseite von den Modemarken beschäftigt, hat aber den Umsatz von den meisten Marken deutlich gesteigert. Zum Beispiel wie bei Chanel. Chanel sollte geschlossen werden bzw. verkauft werden, wenn der Umsatz sich steigern würde. Und als sie Karl Lagerfeld ins Boot geholt haben, hat er unmittelbar den Umsatz so stark gesteigert, dass Chanel wiederbelebt worden ist. Ihm persönlich wurde aber abgeraten, Chanel überhaupt zu übernehmen. Weil zu der damaligen Zeit war es so, dass Chanel tot war, mehr oder weniger. Was Karl Lagerfeld als Herausforderung gesehen hat und dann Chanel zu seiner heutigen Größe gebracht hat. Karl Lagerfeld hat beim Design von Kleidung ungern in die Vergangenheit geguckt, wie es andere Designer so tun und Archive aufgebaut. Das hat er nie getan. Er hat gerne in die Zukunft geguckt. Das sieht man unter anderem auch schon früh. Bei Chloe hat er dieses Prêt-à-Portier einfach mit etabliert, was zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so relevant war. Er zeichnete alles alleine, was auch sehr ungewöhnlich ist, während heutzutage die meisten Designer ein riesiges Team um sich scheren. Er zeichnete die meisten Designs auch per Hand, was auch unglaublich für die heutige Welt ist. Weil das meiste wird am PC gemacht, über Illustrator, während er das einfach als Illustrator per Hand gemacht hat. Und er malte aus mit Schminke, unter anderem von Chanel. Was ich auch sehr amüsant finde, da die ein oder andere Frau weiß, wie teuer Chanel-Schminke ist. Und er zeichnete das einfach mit dem Lidschatten oder malte beziehungsweise aus mit dem Lidschatten von Chanel und anderen Schminkutensilien. Er zeichnete so gut wie jeden Tag und er zeichnete bis zu 100 Zeichnungen für ein Design. So wird es so mindestens gesagt, was ich natürlich für übertrieben krass finde. Wenn man überlegt, dass er 100 Zeichnungen macht, 99 davon zerreißt und eine behält und er sagt, das wird in der Show definitiv gemacht. Und dann hat er nur noch Anpassungen mehr oder weniger gemacht, sobald die Kleidungsstücke vor ihm waren von den Schneiderinnen und hat gesagt, dass da mal ein Zentimeter mehr oder weniger sein sollte. Aber das hat er alles theoretisch in seinem Kopf gesehen und nur mit Beschreibungen an die Näheren weitergegeben. Kommen wir nun zu seinen Skandalen, seinen Rivalen und seinen Erzfeinden. Asidin Alaya war zum Beispiel einer seiner Erzfeinde. Asidin Alaya hat immer gesagt, dass Karl kein richtiger Couturier ist. Ein Couturier ist ein Designer, der seine Kleidung auch selbst schneidern kann. Und unter anderem war zum Beispiel Cristobal Balenciaga der größte Couturier aller Zeiten. Und Asidin Alaya hat einfach mal gesagt, dass Karl kein richtiger Couturier ist, da er seine Kleidung nicht selbst schneidert und er es auch nicht kann. Dass auch Karl einer der Gründe ist, warum die Modeszene so ist, wie sie ist und wie viel Druck auf einen Designer lastet wegen ihm. Da Karl alleine für Chanel acht Kollektionen in einem Jahr gestaltet hat. Bis zu 17 Kollektionen für alle seine Labels insgesamt. Und das ist natürlich eine Menge. Und damit kann kein Designer mithalten, der vielleicht nicht unbedingt ein großes Atelier hat mit vielen Schneiderinnen, die alles abnehmen im Sinne von der Schneidekunst. Deswegen hat Asidin da eher öfters mal gegen Karl geschossen. Eine weitere Person, auf die Karl nicht gut zu sprechen war, war Pierre Berg, der auch vor kurzem verstorben ist. So wie Asidin Alaya. Sie sind alle in relativ kurzer Zeit verstorben. Die drei Legenden der Modegeschichte auch sozusagen. Obwohl Pierre kein Designer war, sondern eher ein Geschäftsmann und Partner von Yves Saint Laurent, beziehungsweise auch ein Geschäftspartner von Yves Saint Laurent. Karl hat immer gesagt, dass Pierre Yves verändert hat. Yves eher ein aufgeschlossen, ein witziger, ein aber auch zugleich schüchterner Mensch war und durch Pierre eher verändert worden ist. Und Pierre hat immer gesagt, dass Karl nie ein Designer ist und einfach nur das wiederbeleben kann, was Chanel für Grundlagen geliefert hat. Und er Glück hat, dass er bei Chanel gelandet ist und dann auf ihre Geschichte aufbauen kann und sie modernisieren kann. Aber selbst ein richtiger Designer zu sein, wurde ihm von Pierre nicht zugesprochen. Obwohl Pierre auch gleichzeitig sagt, dass Yves immer sehr viel Respekt für Karl hatte. Und das bezüglich auch für seine Arbeit bei Chanel. Aber ihn nie als Rivalen gesehen hat, da Karl nie ein wirklicher Designer in den Augen von Pierre war und auch durch seine Zitate im Augen von Yves. Das war's jetzt auch schon zu seinen Skandalen. Wir wollen da nicht so drauf rumreiten und wir kommen jetzt einfach zu seiner Legacy. Er ist der Designer mit dem längsten Lauf überhaupt. Seitdem er 17 ist, hat er designt und für einen Designer gearbeitet. Von Pierre Balmain bis sie aktuell jetzt für Chanel und Fendi und seine eigene Marke Karl Lagerfeld hat er designt. Also hat er einen Lauf von über 60 Jahren. Das hat kein anderer Designer geschafft, ob sie vorher gestorben sind oder in Rente gegangen sind. Kein anderer Designer hat so lange sein Talent ausgenutzt und erweitert. Zusätzlich ist er dadurch natürlich auch der größte deutsche Designer, der je existiert hat und wahrscheinlich auch je existieren wird. Er hat auch junge Talente gefördert. Sei es nun unter anderem, dass er Pharrell Williams in seinen Kollektionen mit eingebunden hat. Zum Beispiel auch einfach die Akzeptanz von Kanye West, Virgil Abloh zu einer Zeit, wo sie noch auf der französischen Fashion Week belächelt worden ist, hat er ein Foto mit ihm gemacht und sich mit ihnen inszeniert. Er hat unter anderem aber auch das Fendi Baguette groß gemacht, also die Tasche. Er hat zum Beispiel auch einen Mantel von Max Mara sehr bekannt gemacht. Den Kamelhammer, der er 1950 glaube ich, soweit ich mich erinnere, designt hat. Darüber hinaus hat er einige Magen einfach groß gemacht. Sei es nun Chloe, die er mit seinen Prêt-à-Porter-Kollektionen einfach zur internationalen Größe gebracht hat oder Fendi von einem Familienunternehmen zu einem internationalen Unternehmen und auch unter anderem das Logo von Fendi designt hat mit den Initials, also mit den, ja, mit den zwei Fs und halt auch das Interlocking C von Chanel. Und Chanel wieder zu einer großen Größe gebracht hat, mit der Essenz von Coco Chanel, aber modernisiert, passend für die jeweilige Zeit. Karl Lagerfeld hatte natürlich auch mehrere Talente, sei es nun Fotografie, Innenarchitektur oder zum Beispiel auch Häuser designt. Er hat sich selbst als Karikatur gesehen und dies auch so vermarktet. Also er war ein Marketing-Talent, ohne wirklich Marketing zu machen, so sagte er immer zumindest. Und hat auch sogar seine eigene Katze vermarktet. Er sah die Zukunft von Chanel unter anderem zwischendurch bei Haider Ackermann, was er aber in einem Interview wieder gerufen hatte. Und dann am Ende des Tages auch bei Edith Salmon, der mittlerweile bei Celine ist. Er war auf jeden Fall einer der größten Designer unserer Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, folgt mir gerne auf Instagram und bis zum nächsten Mal. Ciao.